Es lebt im Wasser. Blub, blub, blub. Und es schwimmt im Wasser. Quack, quack. Und weiter fähigt sich die Schildkröte. Ich male manchmal Tiere. Elefanten. Der Röse, der Röse. Ich male aber meistens Pferde und Einfahne. Wuhu. Es hat ein leichtes Fell und es hat eine Mine. Pferd. Ja. Ich glaube, das war es dann. Du hast Lust auf tiergestützte Pädagogik? Werde Erzieher. Dein PME-Familien-Service.